So, Tour ist leer. Holla, unter all den Papieren hat doch Gwenden tatsächlich ein Rezept für den Schlaftrunk entdeckt. Ja, nehmen wir natürlich mit. Auch wenn wir lieber weiter vorankommen würden. Rezept für Schlaftrunk. Äh, benutzen. Jupp. So. Eine Nische. Noch eine Nische. Noch ein Tisch. Und wieder so ein Pentagramm. Ähm, auf dem Tisch liegen einige Würfel und etwas Kleingeld. Und Brandflecke. Was sagt Tereks Karte? Tereks Karte sagt uns, wir sind jetzt einmal rum. Das ist nicht so schön. Also bestimmt wird hier noch irgendwo was sein, aber wie kommen wir da hinten? Das naheliegendste wäre echt hier. Also vielleicht hätten wir da was drücken sollen oder... Also angeklickt haben wir alle Wände. Sind wir einfach mal da durchgegangen? Nee, ich glaube nicht. Ja, das behalte ich auf jeden Fall am Auge. Erstmal gucken wir noch kurz da hin, ob da irgendein Schalter oder dergleichen ist. Äh, dann gehen wir die Nischen hier nochmal durch. Die nicht eingezeichnet sind. Versuchen da ein bisschen rumzuklicken. Und hier am Eingangsbereich. Also ja, wir haben gut was zu laufen. Erstmal nach Westen zurück. In der Nische ist schon mal nix. Die Dinger hier. Nö. Okay, jetzt zurück zum Hauptkorridor. Und jetzt links diese Nischen alle einzeln. Und einmal abgehen und diese komischen Fratzen da immer anklicken. Wobei das echt hinterhältig wäre, weil die sind ja echt an jeder Ecke, die Dinger. Nö. So, das waren die Fratzen. Und jetzt noch zurück zum Eingang, wo diese vier Säulen waren und wo die Mitte noch nicht aufgedeckt. Was ist mit dir? Nee, keine Geheimwand. Nix. Auch nix. Man kann nicht in die Augenhöhlen drücken oder so. Nö. Nö. Sind wir jetzt bei den vier Säulen? Nee. Gucken wir hier nochmal ganz kurz rein. Süden, hier. Ein Tisch. Noch ein Tisch. Noch ein Tisch. Alle mit Wasserrändern, Brand und Elzflicken. Ja, nö. Rechtsrum. So, Säule, 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 Säule. In der Mitte ist gar nichts. In einem alten Stiefel in der Gwendelein Bronzenschlüssel. Sehr schön. Hier waren wir doch vorher schon. Äh, äh, kein. Ja, wir haben die vorher schon. Nur in der Mitte fiel den Vitzelchen. Warum haben wir das damals nicht mitgenommen? Hm. Na gut, äh, gucken wir erstmal kurz nach dem Schlüssel. Und danach gucken wir uns die Ecke da an. Ähm, also Bronzeschlüssel. Bronze Flasche kann weg. Ja. Bronzeschlüssel. So. So. Und jetzt Süd-West. Ähm. Achso, nur die kleine Ecke da. Ich dachte schon, wir hätten gerade einen neuen Korridor gefunden, aber das ist der Korridor zurück. Ne, hier ist noch so ein Wandteppich mit den fünf Schädeln. Guti. Also, wir haben die schon geprüft, wir haben das hier geprüft, wir haben Schlüssel gefunden. Ja, wir haben aber nirgends wo ein Schlüsselloch. Richtig. Richtig. Ich gehe gerade im Kopf alle Räume so einigermaßen durch. Ne. Hm. Hatten wir hier oben noch was, wo man Schlüssel reinstecken könnte? Hm. Ne, ich glaube, da war nix. Talana hat noch relativ Astralenergie. Aber wir können uns einfach mal hier in die Ecke verziehen und trotzdem mal ein wenig rasten. Denn wir werden gleich wieder ganz viel verballern. Gwenlyn. Ne, Quatsch. Helen. Gerugan. Und Tyreek Haltenwache. Und so werden wir recht viel verbrauchen, weil wir jetzt wieder in die Fallen springen. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe was gehört. Was haben wir denn? Gule. Zwei Stück. Die können doch gar nix. Du. Dahin. Hauen. Du bewahrst dein Astralenergie. Du. Sicherst. Na gut. Du gehst da hin und dahinter. Zack. Drück. Na also. Du machst nichts. Du schießt. Ne, komm. Den Pfeil sparst du dir. Du sicherst. Du läufst panisch in die Richtung. Und Helen stellt sich eh gleich den Weg. Oh. War auch nicht. So. Und zack. Kaputt. Genau. Wirklich viel geschlafen haben wir dadurch nicht. Aber vielleicht war das einfach nur ein Hinweis, dass wir wirklich nicht schlafen sollten. Also gut. Astralenergie. Weg mit dir. Transversalis. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ist das dann eine Geheimwand. Oder eins von den beiden Nischen hat einen Schalter. Das da sieht wie ein Schalter aus, oder? Der kleine Knubbel. Haben wir so ein Knubbel irgendwo anders auch schon? Ne. Dann wird das dann ein Schalter sein oder ein Schlüsselloch. Also geht's da hin. Transversalis Teleport. Und das ist kein Schalter. Das ist ein Fackelhalter. Genau wie auf der anderen Seite auch. Jetzt noch mal. Also ich kann ein bisschen rumdrücken, aber hier ist nix. Nochmal teleportieren oder durchlaufen? Durchlaufen wird sehr schmerzhaft. Teleportieren wird sehr flastrelle Energiekosten. Wir haben nur noch ein Hygialer Feuer. Ja, das ist der kann auch noch weg. Haben wir noch irgendwo einen Zaubertrank? Ja, einen starken Zaubertrank haben wir noch. Das war's dann aber auch, ne? Ja. Das kannst du mal nehmen. Ja, ne. Das würde 40 Schadenspunkte, 50 Schadenspunkte bei allen bedeuten. Das können wir auf keinen Fall irgendwie gegen heilen. Also Talana, Bewegung, Transversalis. Und wenn das dann auch nix wird und wir vorher irgendwo anders was machen müssen, dann bleiben wir einfach genau da stehen und schlafen erst mal eine Woche. Verlassen. Transversalis Teleport. So, anklicken können wir dich nicht. Können wir durchlaufen. Ja. Schön. Okay. Oh, oh. Ach, Tiger. Komm, wenn ich mit Tigern. Zack. Kabott. Du schießt auf den. Direkt schnappst du den da hinten. Du kannst runter ausschlagen. Hält doch ein wenig mehr aus als gedacht. Na gut, dann geh du mal direkt helfen. Du geh einfach weg. Du brauch den. Du hilf direkt. Du hilf direkt. Du hilf direkt. Okay. Du stell dich im Weg. So, das läuft besser. Dann kannst du da nicht ran. Warte. Okay. Geh rüber, mach das jetzt fertig. Zack. Geh rüber, mach das jetzt. Oh. Na gut, dann nicht. Du bewegen. Da ran. Komm schon. Der andere ist so schön schnell gefallen. Sehr frock. Komm schon. Nicht immer wieder Tirek verletzen. Genau. So. Also, hier ist die Wand. Jetzt haben wir bestimmt ganz große Bereiche zu entdecken. Und wir sind ein bisschen angeschlagen. Vor allem sie ist angeschlagen. Oh, eine Truhe. Knacken. 100 Dukaten. Hier ist nichts mehr zu holen. Andere Seite auch eine Truhe vielleicht. Hey, jup. Schloss knacken. 100 Dukaten. Oh, Moment. War das jetzt nicht wieder verflucht, oder? Nee, das ist die Schatzkasse des Weindes. Das ist schon okay. Das können wir mitnehmen. Sieht aus wie Käfige mit Knochen drin. Wahrscheinlich waren hier die Säbelzahnzieger. Ja, hier waren definitiv die Säbelzahnzieger. So, du. Dahin. Du. Dahin. Oh, schöner Treffer. Du. Dahin. Dahin. Und du. Sicherst. Du auch. Du haust drauf. Ach so, du kannst stehen bleiben und fixen. Und kaputt. So, sind hier die Überreste eines Zwergen irgendwo vielleicht? Nee. Einfach nur Käfige. Auf der anderen Seite wahrscheinlich das gleiche. Aber wir müssen es trotzdem überprüfen. Und wieder einer. Du. Rauf. Du. Nichts machen. Du. Kommst leider so nicht ran, aber Nächste. Du schon. Sichern, sichern, sichern. Und direkt. Zauberer Treffer. Gleiches Spiel wie eben. Einmal alle Knochenhaufen abgehen und gucken. Ah, aber nö. Ah, gut. Wo genau kamen wir her? Hier kamen wir her. Gehen wir jetzt mal den Hauptkräuter. Nicht lang, weil der Wandel weg ist. Ah, noch mehr drüben. Zwei Heiltränke. Schlafgift und Münzen. Aber Heiltränke sind immer wesentlich wichtiger als irgendwelche Münzen momentan. Auch wenn wir mich quennen und direkt den gleich schräg angucken. Hm. Sieht irgendwie aus, als wenn hier sonst gar nichts wäre, außer die Truhen. Also ja, es ist schön, so viele Münzen zu finden. Und auch ein, zwei Tränke. Aber um hierher zu kommen, haben wir so viel Astralenergie verbraucht. Und Schmerzen erleidet. Das ist nicht so wirklich schön. Karte? Ja. Okay, gucken wir jetzt mal die östliche Wand einmal ab. Da kamen wir rein. Aber ja, östliche Wand abgucken, ob irgendwo ein Schlüsselloch ist. Moment mal. Das da ist ein Fünferknubbel. Das da ist ein Viererknubbel mit einem Einerknubbel da oben. Müssen wir das Ding vielleicht irgendwie da hindrücken? Das ist komisch, warte mal. Nee, hier fehlen vier eher. Könnte das wichtig sein? Hm. Gucken wir jetzt mal die Wand ab. Also Westen nicht, Osten, fangen wir Norden an. Also hier. Okay. 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 Vielen Dank.